Und dann sind nur noch Angleichungsarbeiten vorzunehmen. Nur noch in Anführungszeichen. Hier muss natürlich wieder was sein. Ganz klare Sache. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur zwei Eimer, muss ich auch noch. Und dann können die beide hinten in der Ecke verschwinden. Erst kaputt hauen, dann... Wir pflanzen. Wächst auch schon ganz schön so, insgesamt. Ich glaube, ich mache hier tatsächlich dann gleich nochmal die Schicht auch noch weg, aber nur einen nach hinten, sodass es dann hier nicht so ganz massiv aussieht. Eigentlich kann das tatsächlich so bleiben. Man hat quasi hier das Feld in die Ecke reingebaut einfach. Das hat sich hier ein Stück aus dem Berg rausgeprügelt und hat da sein Feld hingebaut. Eigentlich können wir das so lassen. Vor allen Dingen ist das halt wirklich von hier aus auch angenehm, weil man sieht ein bisschen was und nicht bloß Wand. So, dann können wir hier gleich wieder zur Tat schreiten mit Kies und Erde und solchem Zeug. Na, Mensch. Da wollte ich hin. So. 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 Ja, ja. Das ist mindestens hier, muss das ja auf dieser Höhe sein. So, hier die Stufen hin. Und den Zugang zu dem Feld machen wir dann da hinten. So kommen sie rein und raus aus dem Haus, in dem sie sich überhaupt nicht mehr aufhalten, obwohl sie hier vorhin überhaupt nicht rauszukriegen waren. Jetzt sind sie alle da. Das ist doch faszinierend. Neues Schäufelchen. So, dann haben wir hier schon den normalen Zugang aufs Feld. Das ist ja sonst eigentlich auch immer ein höher als das normale. So. So. Und hier geht's runter auf die normale Ebene, wo dann der Weg auch nicht mehr weitergeht. Hier durchgeknallten Dorfbewohner. Lass mich hier arbeiten. Ne. So. Kommt man hier auch schon mal schön hoch. In das Haus kommt man gut rein. Achso, das ist das andere mit dem Zaun hin. Das sind ja eigentlich die Schlacht, also die Metzgereien. Da müssten ja eigentlich noch irgendwie ein paar Schweinchen oder sowas rein. Muss ich mal welche reinlocken. So. Und jetzt wird's complicated. Was ist da eigentlich ein Weg? Wo geht der hin? Eigentlich führt der nirgendwo hin. Den lassen wir hier rumführen. Und dass der sich hier auch mit was verbindet. Die drehen völlig am Rad da gerade wieder. So. Sieht schöner aus. So. Hat der bis hierhin zumindest schon mal einen Sinn. Das war's dann auch, glaube ich, ne? Ne, hier muss ich noch ran. So. 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 Dann kommt man hier auch überall gut auf die Felder. Alle Häuser sind angebunden. So. 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 Sehr wohl Wilson. So. 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 Doppelfelder dabei kaputt machen. Null. Ja, aber jetzt klappt das auch, dass er sich hier um die Viecher kümmert. Sehr schön. Ich lege mich ins Bett, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschüss.